Dahlia Freien und Herzen Willkommen wieder zu L.S. mit dem Max und mit dem Chris Näh Hallo und Willkommen in der neuen Aufnahmes Session und ihr seht schon oben auf dem Geld ich hab ja ordentlich geschaufelt was Paul ist hab ich alles gemacht der hat gecheatet ich hab gecheatet ich hab das Geld alles herbeschafft oh so ach das Geräte scharmt ach so meine Herren ich hab nicht mehr gecheckt der Arbeit gehen nicht mit Anfängern ne schlau's ey komm fall rein oh man oh man oh man ach buddy fahr mal in dem Rohr aus ich hab bestimmt ganz viel Hackschnitzel verschwendet da kommt nix raus oder dann musst du was rein holen ob ich auch durch geschnitzelt werde wenn ich rein falle dann ist aber das Schnitzel ein bisschen rot oh Hackschnitzel gemacht ob sich irgendwie so eine Rampe für deinen Dingern äh ich komm aber nicht mehr raus Buddy Hilfe hey hey dann gerade nicht ich bin im Shop haha hey suchst du eine Rampe für dich haben wir noch so was nee Rampenmord haben wir keinen drauf Rampenmord haben wir nicht drin ich glaub da gibt es auch mit einem Rampenmord ja Rampage so weiter geht's wir müssen einfach mal gucken was müssen wir so einen Tieflader reinstellen Tieflader 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 ist zum Hochrasen was kostet was kostet 14.000 er kann ja da kann man hochfahren ein bisschen erhöht was ist mit alle während des Zugreifens hier kommt dir irgendein Sonderangebot soll man nicht nerven mann oh das sind die Versichtungsvertreter wir wollen immer nerven oh Buddy ja schau mal wie viel heutige Wille gesammelt habt ja schön ich glaube immer das ist das ist so wie heute die Unruhe aufm Hänger legen so ich kann nur auf den Pro oho ich bin lehrte ein schlechter Hinterachse Hoppe das ist eigentlich zum Angebot gerade war wieder in keine Ahnung ob ich hätte Bock Rüben oder Kartoffeln oder was Rüben Rüben oder Kartoffeln Kartoffeln also ich bin eigentlich momentan das richtig geil hier mit dem mit dem Holz das finde ich momentan echt geil schau mal wie viel ich jetzt reingelegt habe kaufen wir es eigentlich so ich weiß nicht, ich würde sagen wir verchecken erst mal das das Holz und dann wir bräuchten mal irgendwas um hm ich glaube wir müssen noch gucken ob wir noch einen anderen Hackschnitzel-Mod finden wo man richtig breite Bäume reinschmeißen kann Hackschnitzel? hm weil die kann ich ja wieder nicht reinschmeißen ich hab jetzt auch wieder zu groß nenne ich jetzt einfach in den LKW unten rein hast du den LKW gesehen? ja ihr habt aber ordentlich aufgeräumt hier krass oder? oh hoppala hast du mich grad gerammt? du spinnst wohl oder was? ne 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 ich konnte es nicht landen das gesehen wie hier schau mal wie viel Holz ich eingeladen habe alter ja das hat er ja toll du hast mich festgefahren alter so schwein gehabt ähm was willst du eigentlich alter? oh ob ich warte mal warte mal bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen ist da so gut ums das Auto bekommen warte mal ich muss von unten rein fahren ne die Klappung ist auch weiter auf geht die weiter auf steh mal ein bisschen breit zu werden steh mal ein bisschen breit zu werden so deine Klappe die geht immer da auf nochmal jetzt müsstest du heute dazwischen passen warte mal also normaler ist, müsstest du mach mal stücken, muss ich eine Runde aber ist der Lambo so tief alter ne geht nicht warte warte bleib stehen versuche ich mir jetzt mal so zu greifen ne gut start warte mal wenn ich mich jetzt zu frontal vor dir stelle kannst du da rein fahren warte mal warte mal noch nicht machen warte mal weh warte 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 ist was warte 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 Prozent bei dir aber auch mal was nur mit Wohlen am Wort Lambo auch Lambo auch schon zu machen die auf meinen Namen meine Schaufel praktisch die ich fliegt die schon gleiche die Begrüßt geht nicht gut nur wir wurden der dritte Fugl mit der das ist jetzt ich bin über die Worte auf zum Dabendor wird um was mit Vorfeld ohr die Klinik bitte nicht auf dem Markt die Bescheidung ich mache ein Männchen nur den Lambrou gut ich glaube es geht nicht im August der Rampe und Motten muss man nachher noch mal gucken nach Hause hauert das den nächsten Jahr Köln wir waren eigentlich noch was für Platz was für Platz? What? Okay, genug. Also Max, wir können dann gucken nachher. Dann testen wir alle mal durch. Nee. What? Ah, ich fahre erstmal die Dinge her weg. Irgendwie quer darüber, ne? Glaub ich irgendwie. Ja, ja. Ich bin da... Oh! Überfahren, überfahren! Was so ein bisschen wie das Holz klammeln ist? Na klar. Ah, lol. Oh, okay! Oh, okay! Ich bin... Mach da denn schon wieder ein Präsentierung. Oh! Das ist irgendwie gar nicht so... Wir fahren gerade zum... Haxnitzelwerk. Äh, Quatsch, nicht zum Haxnitzelwerk, sondern zum Zug. Gass, 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 ich schüttel dich jetzt noch an. Gass, Gass, ich schüttel dich jetzt noch an. Gass, Gass, ich schüttel dich jetzt noch an. Gass, ich hab' das gesehen, ich hab' sogar geblinkt. Oh, alter! Oh, alter! An wen interessiert das jetzt? Oh! Wenn man nicht fahren kann. Halt die Fresse, Mann! Ich hab' hier so'n fettes Gespann, weißt du? Kommst du mit dem Lambo nicht mal um die Kurve und sagst zu mir, ich kann nicht fahren. Sag' ich schon mal gesehen, wenn man die ablegt? Ja, ich hab' noch nicht gesehen. Ich nenn' man auch. Das Ding bin ich ja gerade hier. Loll! Cool, oder? Oh, 700.000 mal verdient Buddy. Stefan hat mir nix gemacht, ne? Nix! Stefan, ne? Oh! Zug weg! Stefan! Aufsteigen! Oh, hallo Buddy! Aber ich muss mal versuchen. Du musst ein bisschen schräg drauf fahren. Ich gar nicht mehr. Warte, ich kann 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 nicht mehr. Kommen Sie! Bei dir bist du groß. Hm, nicht gar nicht. Bin drauf! So. Gute Reise! Gute Besterung! Wir brauchen unbedingt noch mehr Autos. Wir brauchen unbedingt noch mehr Autos. Wir kaufen noch einen Lambo. Nein, Lambo ist scheiße. Du kannst doch den Pickup nehmen. Ich hab' schon einen neuen Mod gefunden. Monster Truck! Monster Truck auch. Und ein Audi A8. Oh, schick! Oh, wir haben dir die Geräte schon wieder so scheiße geparkt. Guckst du weg? Habe ich schon. So. Warte, wart auf. Dann werden die scheiß Geräte hier geparkt. Start your engine! Das ist ein Stuntor. Buddy! Spring auf! Verdammt! Echt? Ach. Vielleicht kannst du mich abschleppen. Warte. Mit der Angeldingsterbom. Mit der Angel. Wie gehen die? Okay. Äh. Oh. Wie geht die auch zu? Der ist unten am Dingern. Da? Ja, da so, oder? Ja. Paul Wing vor. Gut. Warte. Warte. So. Oh. Oh. Fahr mal ein bisschen weg. Komm mal hinter am Radlader hier. Warte. 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 Von der Konzentration. so aber ich muss mich jetzt mal da einfach mal zu greifen, vielleicht geht's ja ne, funktioniert nicht ups, wofür ist er zu glatt? das weißt du, das Spiel nicht, dass er glatt ist, Alter oder? hey, du machst mal lach okay, also es geht schon mal nicht er ist zu glatt ne, du sagst alles klar ja, du sagst alles klar ja, ich hab nicht toll das hast du gemacht ja, ich hab nicht mehr in den Leben zweierlich gedacht du hast dich zu kaufen also, du sagst mal die Farbe weil die gibt es Geld aus oh das geht nicht was haben wir gekauft? Du weißt es Mario, wo bist denn du? Max, meinst du, das könnte gehen? weißt du nicht? Mal lassen gekauft und Stern geht immer noch so? weil nicht denn die sind doch gerade drin ja, rutsch also rutsch den noch was ist das Standardauto, oder? oh, warte Richtung ich glaube nicht mehr so stark eigentlich auf jeden Fall ist die Stadt wie der Lambo wir müssen bessere Hilfe kaufen ja, ich müsste jetzt langsam ein bisschen Gas geben hier die Helfer bei Mindestlohn und so, weißt oh, hallo oh aber ich fahre mal ein bisschen vor na, oh du musst da endlich auch drauf fahren doch der Schwung, ne? komm und ja, 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 oh oh, der passt gleich da rein oh, oh oh, oh oh, oh ich bin schon mit der Angel da mal ein bisschen rein warte jetzt geht das oh, ja, jetzt passt ey, 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 sieht der von unten besser aus als der Lambo ja so, ja, weil das auch Standardtext drin sind wo denn? ich hab das schon gesehen hier oh 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 bin jo denn immer d aber schon reicht da die respect immer wieder eine Straßfolge sobald jetzt kommt es nicht mehr raus Tür ist zugehalten Uri jetzt hinten auch noch nicht Sitz ist jetzt immer hinten auf Du kannst hier hinten in den Kran einsetzen oder? Nein, also es geht doch nicht scheiße Wo ist er denn? Jetzt sind wir weg Ich glaube das ist gerade Spaßfolge erholt wir irgendwas Was? Wo ist er? Ah, der holt die Feuerwehr! Nicht doch die Feuerwehr Wir brauchen noch mehr so welche Fahrzeuge Genau wir brauchen noch mehr Spaßmobile Ähm Wir werden auf jeden Fall den Audi R8 haben Warte mal kurz da ich komme Ich glaube in die Richtung sind wir oder? Ja ich glaube Die ist auch so ein Fahrzeug geholt Was? Warte mal dann will ich mir jetzt aber auch was holen Das war alle jeden irgendwelchen Scheiß gekauft Was kauft ihr denn? Was kauft ihr denn? Hast du gerade so ein? Oh Wo sind Party eigentlich? Ich bin immer noch im Auto Oh Ich bin gerade ausgetrappt Scheiße Oh wir haben sogar einen Tieflader Was hast du dir gerade gekauft? Hast du dir gerade gekauft? Hast du dir gerade gekauft? Oh Alter weißt du was für die Ja warte warte ich komm zu hier Weißt du was das für die geile Sprungschanze ist? Alter Ey Jetzt verratet der das Auto Oh Buddy Oh warte hier gehts nicht raus Aber wir haben ja coole Sachen gerade gefunden Was hast du für coole Sachen gefunden? Also mittlerweile haben wir ja richtig viele Geräte ne? Äh Buddy Ich glaube in der nächsten Folge werde ich mal den Hof noch ein bisschen aufruhen Äh Buddy Ja welchen Hof? Wir brauchen keinen Hof mehr Wir brauchen wieder Wir brauchen wieder Hallo Party schau mal Oh Oh ich hab mir einen gelben Pickup gekauft Warte mal ich lass mich mal da raus So Oh Hallo Das war mal sanft War das Warte Abgeladen Hehehe So Warte Hä Hä Wo ist das Auto? Da Buddy Hallo Buddy Wui Hallo Oh schau mal der Sprung Oh Oh Didi Ja warte mal die Freunde brauchen wir gleich wenn ich jetzt ansitze zum Sprung Oh Oh diese scheiß da jemand wieder klasse geparkt voll im weg da da ich werde darauf parken weg ja wir davor also soll es vielleicht eventuell auch mal das auto davor abkoppeln warum er jetzt aber jetzt hängt jetzt hängt es auf der pech abwarten mal das geht anders jetzt wo ist mein auto die 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 danke gerade eingeparkt die gut ich würde sagen wir sind trotzdem wieder am ende der folge auch wenn wir so wieder ein bisschen quatsch gemacht haben aber wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschüss